Mein Name ist Nico Santas, ich bin Marktleiter vom Kappmarkt in Durlach. Seit heute um 13 Uhr haben wir die Aktion geschützter Einkauf für Personen ab 60 Jahren ins Leben gerufen. Hier können von 13 bis 14.30 Uhr die Personen ab 60 Jahren ohne Einfluss von anderen Menschen einkaufen und sind somit geschützter. Für all diejenigen, die nicht aus dem Haus gehen können oder wollen, bieten wir auch unseren Lieferservice an. Alle Infos hierzu finden Sie entweder im Internet oder über Telefon. Hallo liebe Durlacher, liebe Gäste, liebe Freunde und Kunden. Die meisten kennen mich, ich bin der Peter Joas vom Hubraum und vom Hubräumle. Auch uns hat es getroffen, auch wir mussten zu machen und können leider im Moment nicht für euch da sein. Hoffen, dass das ganz bald wieder anders ist und dass ihr uns bald wieder besuchen könnt. Und haben deshalb jetzt einen Liefer- und Abholservice gestartet, wie viele andere Kollegen auch. Ich bitte euch alle, unterstützt uns, vor allem die ganzen Durlacher Geschäfte, Gastronomen. Guckt, dass ihr hier lokal kauft, dass ihr uns am Leben haltet, dass ihr uns helft. Wir freuen uns über jede Bestellung und wir helfen euch auch gerne. Ihr dürft uns jederzeit anschreiben, anrufen, mit euren Vorschlägen, Wünschen. Wir versuchen möglichst viel möglich zu machen. Wir liefern also euch, wie gesagt, das Essen nach Hause. Ihr könnt das Essen hier abholen. Wir liefern euch aber auch Getränke nach Hause. Wenn irgendwas nicht im Internet steht, wir können nicht die ganze Produktpalette draufschreiben. Fragt uns einfach an. Wir geben uns da wirklich Mühe, euch möglichst gut und üblich zu versorgen. Und ihr könnt bei uns auch alle möglichen Lebensmittel, Hygieneartikel, wie das vielgefragte Toilettenpapier, Küchenrollen, Mehl, all diese Dinge haben wir auch. Teilweise in etwas größeren Gebieten, also in Gastropackungen. Aber ich glaube, mit 5 Kilo Nudeln zum Beispiel kommt im Moment auch jeder eine Weile rum, da wir doch alle viel zu Hause sein müssen. Und macht das bitte auch. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Wie gesagt, unterstützt die Durlacher Geschäfte. Und ich freue mich, bis es bald weitergeht, bis wir uns wieder persönlich sehen. Dankeschön. Dankeschön.